Lotto ist so unwahrscheinlich. Hier sind mal zehn Dinge, die wahrscheinlicher sind, als im Lotto sechs richtige zu haben. Erstens, bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kommen. Zweitens, Präsident der USA zu werden. Drittens, ein gefeierter Filmstar zu werden. Viertens, vom Blitz getroffen zu werden. Und fünftens, von einem Getränkeautomat erschlagen zu werden. Viertens, vom Blitz getroffen zu werden.